Um mit dem Sturmsoldat von Level 12 auf Level 13 zu kommen, müssen wir zweimal zehn Gegner mit einer Schrotflinte im vergessenen Heiligtum auf Golem einen töten, ohne zu sterben. Zwei Gegner auf einmal mit einem Schuss einer Schrotflinte töten und einen Gegner im Nahkampf und einen mit einer Schrotflinte töten in einer beliebigen Reihenfolge. Ja, da freue ich mich ganz besonders, denn ich hasse Schrotflinten. So, das vergessene Heiligtum ist da oben. Äh, hier. Da waren wir ja schon mal vorbeigefahren, glaube ich. Ich habe mir als Waffe hier die Saske 12 ausgewählt mit erweitertem Magazin und so weiter und Schalldämpfer. Ich hoffe, das klappt mit der, wenn nicht. Also, ich habe ein bisschen Sorge, weil die so wenig Schaden macht. Äh, 84 Schaden oder so macht die nur. Kann ich gerade nochmal gucken. Äh, ja, 84 Schaden. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen wegen den zwei Gegner auf einmal mit einem Schuss. Aber, falls es nicht klappen sollte, wechsle ich halt nochmal die Waffe. Also, Schrotflinten habe ich schon ziemlich viele freigeschaltet. Vorne ist was. Und ich habe auch welche, die macht, also eine, die macht 144 Schaden. Eine andere, die ich habe, macht 164 Schaden, glaube ich. Was ist das hier? What the fuck? Amall-DA-Laser wieder drauf und ein russisches Reflex-Visier. Mit Chevron. Was haben wir hier? Wo komme ich hier raus? Da runterfällt mir nicht tot, oder? Was ist denn da hinten? Nix mehr. Alles klar. Das ist halt so lächerlich. Obwohl hier drin eigentlich gut ausgeleuchtet ist, siehst du halt fast gar nichts, ne? Stellenweise. Das Lichtsystem ist einfach so abgefuckt. So, wo bin ich jetzt genau? Ich bin da. Das ist keine Straße, sondern eine Grenze. Ich bin komplett in die falsche Richtung gefahren. Wenn ich jetzt im Auto sitze, gucke ich fast in die richtige Richtung. Also fahre ich doch einfach mal fast geradeaus. Oh, hallo. Wow, die schießt flott. Damit habe ich gerade gar nicht gerechnet. Okay, da sind zwölf Schuss, wahrscheinlich ziemlich schnell weg. Okay, gut, dann bin gespannt. Bin gespannt. Dann 84 Schaden. Mal hat er gerade gesehen, die haben zwei Schuss gebraucht. Aber 84 Schaden noch mit Schalldämpfer, was dann nochmal 20% weniger Schaden macht. So, wie schnell hintereinander muss das denn sein mit dem Nahkampf? Das müsste es gewesen sein, oder? Jawohl. Das war das Erste. Das hätte sich... Ah, da hätte ich auch gerade gut können, die zwei versuchen. So, beide... Beide in den Kopf. Hier steht ja sonst keiner mehr außer der eine, ne? Vielleicht kann ich euch hier mal noch das zeigen, was ich euch schon seit... Keine Ahnung, wie langer Zeit zeigen wollte. Ich sage immer euch, ich will dich doch persönlich ansprechen. Hier. Das war nicht das, was ich dir zeigen wollte. Es gibt eine Animation, da drückt er den Gegner so richtig schön mit dem Kopf in den Boden. Ich bin wieder falsch gelaufen. Ich habe einen Orientierungssinn, das ist der Wahnsinn. Ich muss wieder darüber. Ja. Ich meine, ich habe das schon mal aufgenommen, den Takedown. Aber... Kann auch sein, dass ich dir mittlerweile, wenn diese Folge hier erscheint, schon als Short-Video rausgebracht habe. Als Mühlen. Okay, wir haben Wulfs in der Nähe. Wie viele sind es denn? Drei. Nichts. Ihr auch. Vielleicht, wenn ich das... Ah, ich sehe hier halt nichts. Oder kaum was. Alles ruhig. Okay, hier ist auch alles ruhig. Kommt, dreht euch um, geht weg. Damit ich euch von hinten erwischen kann. So. Mist. Das hatte ich befürchtet. Das klappt nicht. Ich hätte es noch in den Schalldämpfer abmachen. Tja, das war nichts. Das hätte klappen können. Hat aber nicht. Aber für die... Das Problem mit der... Mit den beiden Schrotflinten, die so viel Schaden verursachen, ist, dass die... Auf dass da kein Schalldämpfer drauf geht. Bin ich jetzt richtig. Fast. Muss darüber. Aber ansonsten... Ich weiß jetzt nicht genau, wie es im Vergessenen Heiligtum aussieht. Oh, das ist doch auch die Gelegenheit, oder? Oh, zwei Autos. Äh, nee. Please no, please no, please no. Wenn es ein Auto gewesen wäre, hätte ich geschossen. Hätte ja sein können, dass ich... Ein Glückstreffer lande. Da oben ist das Vergessenen Heiligtum. Gab es hier nicht noch irgendwie eine Kiste im Wald, oder so? Oh, ist der Kuckuck. Wird mir gerade nichts angezeigt. Vielleicht, weil ich noch zu weit weg bin. So, 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 so. Das ist irgendwie da oben, ne? Gerade noch ein paar... Pilze einsammeln. Schlechte FPS. Da war gerade ein kleiner FPS-Drop. Bin ich hier schon im Vergessenen Heiligtum? Ja, ich denke, das zählt durchaus als Vergessenes Heiligtum. Einer. Kein Kontakt hier. Verstanden. Habe nichts zu berichten. Oh, Mann. Oh, shit. Der wurde entdeckt. Zwei. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht mehr so weit schießen kann, ne? Oh, nein. Einer unserer Jungs wurde getötet. Tja, jetzt, jetzt könnte es problematisch werden. Also, zwei haben wir ohne zu sterben. Immerhin keins. Oh, nein, Funker. Oh, nein. Ne, Digga, komm. Alles klar. Ja, ja, keine Firma. Schmerz. Rücken Sie mal. Hä, wo ist der? Was? Wo war denn die... Irgendwie ist das der Funkspruch? Keine... Also, ich habe eigentlich gedacht, ich weiß wohl, der Funker ist, aber... Da kam irgendwo her, weiß nicht, weiß der Kocopo. Ich will meinen Rückzug ein bisschen decken. Nein, Entschuldigung, es gibt keinen Rückzug. Es gibt nur... Okay, die wissen, wo ich bin. Das ist schlecht. Schalt den Fall ab. Ja, das zählt jetzt halt bestimmt nicht mehr als, äh, Dingens. Als, wie heißt's? Heiligtum-Gedöns. Und wenn ich sterbe, ist nicht schlimm. Oh Gott, das war ein guter Treffer. Ist nicht weiter schlimm. Denn ich bin der festen Überzeugung, die 10 schaffe ich nur mit, äh, Stealth. Aber wenn ich entdeckt werde, war es das. Die dürfen Leichen entdecken. Vielleicht nicht unbedingt per Funk melden. Wobei, da kommen vielleicht mehr Gegner, ne? Ist das hier schon? Ja, ja, ja. Ja, kann man so sagen. Hm, 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 hm. Das Ding hat eigentlich auch eine relativ gute Reichweite. Ich kann doch auch... Hier, guck mal. Warum werfe ich die Dinger nicht? Oh mein, hm, 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 hm. Ich hab hier einen Toten. Ich seh nix! Will! Will! Kein Kontakt hier. Bestanden hier bewegt sich auch nichts. Nichts zu berichten. Feuerschutz! Ich rücke vor! Es waren drei. Ich hätte noch ein bisschen warten sollen. Ich lade mal nach. Ich habe mir nur 12 Schuss hier in dem Magazin. Obwohl es schon das große ist. Ich glaube bei Marilla gibt es noch ein größeres. Aber da ich Rotflinte nicht spiele, habe ich mir natürlich... nichts Rotflintiges gekauft. Ich war jetzt aber auch nicht mehr bei Marilla in der Zwischenzeit. Nicht mehr in R1. War die ganze Zeit nur hier in... R1? Äh, auf Colem Island meine ich. Bedrohung in der Nähe. Endlich. Ziele identifizieren und angreifen. Was ist die Tower Defense hier? Identifiziert die Bedrohung. Gebe euch weg. Uh, das war knapp. Ich weiß auch nicht wie viel Munition ich bei mir trage. Was ich da eigentlich mal machen kann. Ist hier... noch... Das Ding... Oh, das ist ein Packesel. Um mehr Munition tragen zu können. Das Ziel. Oh, da ist auch noch rechts ein Tinnitus. Da ist der Kuckuck warum. Bedrohungsstandort... Pling... Wie weit sind wir? Sieben oder so? Ja, das müssen wir auch noch zweimal machen, ne? Findet sie! Und zwar schnell! Leg die Sau endlich um! Komm schon! Könnte noch einer? Langsam hier vorbeikommen, bitte. Nicht schnell, nur langsam. Ich habe auch keinen Plan, wie groß die Streuung ist bei so einer Schrotflinte. In den meisten Spielen ist es ja so, dass die Schrotflinten auf 5 Meter verheerenden Schaden anrichten und dann ab 5 Meter und einem Zentimeter 5 Meter 1 einfach gar nichts mehr. Wird hier wahrscheinlich nicht so sein, hoffe ich. Ich gehe in Deckung! Und zwar sieben Leichen. Drei Gegner brauchen wir noch. Hier ist aber keiner mehr, bzw. hier kommt keiner mehr aus. Stellungswechsel! Oh-oh. Oh-oh. Noch zwei? Alter Schwede! Was? 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 Ist hier nichts. Scheiße. Was war das denn? Scheiße. Ich hoffe, der hat nur auf die Drohne geschossen. Ich weiß aber nicht, wo der war jetzt. Da oben ist nur ein Helm. Da war was. Oder auch nicht. Der hat mich halt böse getroffen. Muss ich mich verarzten? Ich weiß, dass der da ist. Aber warte mal hier. Klappt es oder klappt es nicht? Da ist er. Jawoll, das war die erste Fuhre. Sind jetzt noch 10? Oh shit. Alter. Oh mein Gott, die haben mich eingekreist. Keine Entwarnung. Gehen zur letzten bekannten Position. Ich habe keine Ahnung, ob hier noch 10 Gegner sind. Boah, ich hasse Schrotflinten. Deswegen spiele ich hier auch gerade Dingens. Tower Defense. Okay, da steht direkt dahinter. Leg die Sau endlich um! Du bist tot, hörst du? Der ist so weit weg noch? Da unten. Okay. Nochmal. Ja, diese Dinger hier sind schon cool. Die Dinger sind schon cool. Ich bin der Predator. Der Sexual Predator. Oh. Wie viele waren das jetzt? Nochmal 6 oder so, ne? Oder 5? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich bestimmt nicht mehr viel Munition. Aber diese Folge, die... Es würde mich sehr wundern, wenn die besonders lange dauern wird. Gott sei Dank. Nach der... Nach den fast 2 Stunden von der vorherigen Folge. Da unten? In der Höhle? Okay. Da ist noch einer. Wo bin ich denn? Komplett die Orientierung verloren. Okay, da sitzt da. Neben der Brücke. Was macht denn diese Pflanze da? Pulsieren. Okay. Okidoki. Neben der Brücke sitzt einer. Unten. Ich bin hier nicht getarnt. Headshot mit der Shotgun. Ja. Warum auch nicht? Hinten sitzt einer, oder? Ne. Skiert. Hab mir skiert. Ich muss da unten rein, ne? Ohne zu sehen, der das Schwein umlegt. Oh. Ich mach das Ding, mach die Wärmebild sich nochmal an. Will jetzt ungern sterben. So, so einen unnötigen Tod. Komm. Ja. Ich hab ihn getroffen, aber nicht getötet. Alle! Jetzt aber. Der andere ist tot. Da hinten. Er meckert zumindest nicht. Ne, der ist tot. Gut. Reisfrage. Wie viele brauchen wir noch? Und wie viele leben noch? Flieg da mal durch. Naja, rein. Durchfliegen ist es nicht wirklich. Da sitzt noch einer. Und zwar ist das. Ich bin da. Und der sitzt da unten. Hat der sich jetzt wegbewegt oder? Ne, der sitzt noch da unten. Ich weiß leider nicht genau wo. Ich seh ihn nicht. Der ist da. Da knapp da unten, ne? Ich... Entschuldigung, wenn ich stellenweise ein bisschen leise bin. Bäm! Das war's. Haha. Und dann jetzt noch zwei Gegner mit einem Schuss einer Schrotflinte töten. Da würde ich mich zu einem straßennahen Biwak begeben und auf eine Schrotflinte mit mehr Wumms wechseln. Komm! Ich weiß, da waren noch einige Kisten. Eigentlich wollte ich die einsammeln, aber ich hab's vergessen. Dann muss ich das vielleicht mal irgendwann so machen. Okay. Erstmal nochmal anfertigen. Brauchen wir zwar jetzt nicht mehr, aber... So. Waffenwechsel. Art Schrotflinte. Und zwar war das die M4 Assault, glaube ich, mit 164 Schaden. Schauen wir mal. Mündungsbremse. Weniger Streuung. Ne, das wollen wir jetzt nicht. Panoramavisier ist okay. Was macht der? Vertikaler Rückstoß. Okay. Dann vielleicht hier Zieldauer. Jo. Mehr brauchen wir nicht. Gut. Alles klar. Aufbrechen. Keinerlei Bewegung. Sehr gut. Schön, dass du dich... Dass du eure Position so schön, so lieb verrätst. Roger, verstanden. Ihr auch. Da vorne sind sie. Hab sie gesehen. Ich habe einen Kopf vorbeifliegen sehen. Roger. Ihr auch. Kein Kontakt. In diesem Gebiet ist nichts. Okay. Hier ist auch alles ruhig. Natürlich kommt jetzt ein Auto. Könnte ich natürlich auch versuchen, ne? Aber lieber nicht. Ist nichts. Es gibt noch ein Auto. Natürlich. Warum auch nicht? Ruhig hier. Verstanden. Keine Aktivität. Hier auch nicht. Pass auf. Jetzt komme ich an und dann drehen sie sich gerade um. Kein Kontakt. Roger. Hier auch kein Kontakt. Mist. Bam. Zack. Das war's. Haha. Und damit sind wir auf Rang 13. Sehr schön. Nice. Peace.